Ich habe noch nie nachts in der Tankstelle gearbeitet. Ich habe keine Erfahrungswerte. Popcorn ist halt auch teuer. Warum zeigt es an, dass die Tankstelle schmutzig ist, weil die Farbe nicht mehr frisch ist? Weil beschmiert ist ja nichts. Hier getanzt. Ich glaube, ich muss tatsächlich doch irgendwann die Tankstelle mal wieder zumachen und streichen. Lieblings-Suchmaschine, Bing? Google hat jetzt übrigens Dark Mode. Das klappt. Wir haben zwei am Kraftstoff. Das heißt, wir müssen gleich noch wieder Kraftstoff nachbestellen. Mal gucken, wie viel ich noch habe. Das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Du bist ein Lifesaver. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht in den Ausschnitt gucken. Ich habe kein Alkohol mitbestellt. Schlecht. Okay, vorletztes Auto in der Werkstatt für unsere Herausforderung. Natürlich. Zwei Reifen. Und Öl. Okay. Das ist ja aber auch wenig. Das ist ja aber auch wenig. Was hupen sie denn jetzt dort? Ich glaube, ich muss doch Sprit bestellen. Dann haben wir es zumindest wieder voll. Okay, die kostet ein bisschen was. Die waren ja mit mindestens auf 12 Euro hoch, glaube ich. Ich muss Alkohol kaufen. Ich habe immer das Gefühl, sobald man die bezahlt, ist der Job irgendwie raus. Musst du den neuen Job zuweisen. Oh, ich habe nicht richtig über den Pieper gezogen. Entschuldigung. Oh, das ist Increase. Das ist unglaublich. Das Geräusche ist Wahnsinn. Das Geräusche ist schade. Du bist ja noch gar nicht da. Lasst mich doch hier durch! Tschüss! Man kann heutzutage froh sein, wenn man überhaupt Nachtzuschlag bekommt. Es gibt genug Jobs, da kriegst du nicht mal Nachtzuschlag. Es gibt auch keinen Feiertagszuschlag. Es ist leider in Deutschland nicht selbstverständlich, dass es diese Zuschläge gibt. Okay, wir haben jetzt ein Auto in der Werkstatt und wenn wir das repariert haben, müssen wir nur noch die Autos betanken und dann haben wir fertig. Das ist ja gar nicht so meins. Aber anscheinend scheint es dich zu interessieren, Susi, mit Final Fantasy 7. Deswegen hoffe ich, dass es ein schöner Trailer ist. So einer, der dir zusagt. Der Merch vielleicht auch. Great! Great! Cool! Jetzt noch zwei Autos betanken, die schon beide dastehen. und dann können wir tausend Geld. Also müssen wir erstmal ein bisschen Geld farmen. Wow, super! Können wir unsere Tankstelle aufwerten? Ah! Ah! Ah, Friendly Fire! Ich weiß, die hatten die letzten Tage einen Countdown auf Twitter gemacht. und verschiedene Bilder gepostet und so. Äh, ja. Great! Ja, mit FF ist schwierig. Ich habe halt zuerst an Final Fantasy gedacht und nicht an Friendly Fire. Äh, ups! Ich brauche mich nicht mehr durch. Komm schon. Oh! Aber wie schnell wir jetzt einfach schon wieder 300 Dollar gemacht haben. Wollen wir die Tankstelle verbessern? Sollen wir die jetzt aufrüsten oder noch nicht? Ich weiß halt nicht, was das vielleicht für Konsequenzen hat, wenn wir das jetzt machen. Dann neue Aufrüstung freischalten. Wir machen mal noch den Werkstattkunden. Und dann würde ich sagen, rüsten wir die Tankstelle auf. Weil wenn es nur der Reifen ist, gibt es nicht so viel Geld, glaube ich. Na ja. Entschuldigung, ich wollte ihnen nicht so nahe kommen. Ich glaube, wenn wir aufrüsten, können wir... Können wir gleich mal gucken, was wir dann verkaufen können? Dann können wir wahrscheinlich Hüte und Brillen verkaufen. Ähm... Jetzt kommen Sandstürme. Oh... Es werden jetzt öfter Sandstürme kommen. Musst einfach den Sturm überstehen und am Ende aufräumen. Ja, dann muss ich mit Rudi aufräumen. Okay. 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 Gucken wir mal. Und wir haben... noch mehr Verkaufsraum. Was. Das war auch was ich commanded. Oh, gemeli張. AStay habe dir schon water Kotze będzie mit deinem Essen in sich rüber. Wir haben einen Rek??? Diese Saison natürlich polynomial hier gespielt. Ich will ungern, wie ich schon drei Mal gesagt habe, die Tankstelle zumachen, aber... Wenn wir hier streichen wollen... Das müssen wir, glaube ich, irgendwann mal machen. Wir räumen mal wieder um. Sobald wir ans Telefon gehen, werden wir wohl unseren ersten... ...Sandsturm erleben. Woh! Super! Das ist so doof. Jetzt habe ich dort so einen Artikel aus dem Regal genommen. Kann ich nie wieder reinstellen. Äh, die Rakete ist nur Deko. Deko, die macht nix. Die habe ich irgendwann mal bekommen. Die haben wir gefunden. Oh, hört ihr den Wind? Oh Gott. Ich möchte ungern jetzt ans Telefon gehen. Wenn du stehst, beeile dich. Etwas Dunkles ist am Horizont. Ach, ich habe bald schon wieder keine Reifen mehr. Wir müssen mal gucken, was die Reifen kosten. Äh, die muss ich glaube ich nicht zahlen, die Schulden. Das war bloß so ein Witz. Es wurde mir dann nur gezeigt, dass ich eben ein Darlehen aufnehmen kann, aber ich habe ja kein Darlehen aufgenommen. Deswegen glaube ich, muss ich auch keine Schulden zurückzahlen. Wir können dann auch mal gucken, aber soweit ich weiß, muss ich nix zahlen. Ich will dir hier nicht ausprobieren. How much do I owe you? Worried I would go over budget. I am amazing. Ich würde gern die Tankstelle neu streiten.